Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornisten-Nest gestoßen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 Earthies End. Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hole den Wagen. Gestern haben wir das Kreuz gestohlen, wo drüber gerade gesprochen wurde. Und jetzt wollen wir uns nochmal beeilen, dass wir hier zu unserem Fluchtfahrzeug kommen. Oh, 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 oh. Nein. Raus da. Das könnte schwierig werden. Da oben ist keiner mehr... und da ist noch einer. Die Frage ist natürlich wo muss ich lang? Ich kann mich schon hier drüben langhangeln. Komm! Zum Glück hat Nathan Oberarmen wie sonst was. Können wir vielleicht hier runter? Also ist hier runter intelligent oder ist hier runter nicht intelligent? Hmm. Von hier komme ich aber auch nicht weiter. Wow. Das sieht nach einem guten Weg aus. Schnelle Entdeckung. Ja. Hättest du mal welche mitgenommen? Wo müssen wir denn hin? Kommen wir hier rein? Ne, natürlich nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, den sind wir nochmal gut ausgerichten. Ich muss nach oben und mich umschauen. Scheiße. Ja. Wenn du sie wohnst, wohnst, dann werden sie nicht mehr. Wir finden sie und riechern sie aus. Aber wir wissen was zu tun. Bleibt sich konzentriert. D'accord. Ah, hab ich nicht heimlich gekriegt. Dann hilft er mich schon mal nicht mehr. Ich läuft's nicht. Bin unterwegs. Schaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Was wird das denn? Oh. Doch ernsthaft, das war doch noch nicht so hoch. Ich wollte nach unten. Dafür bin ich hier irgendwie falsch. Nach unten war der Plan. Da ist der Ballsaal. Und davor die Einfahrt. Muss ich wohl mal... Sind wir genau in die falsche Richtung geklettert? Oder vielleicht noch nicht. Das ist gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ich glaube... Das wird nicht so einfach und cool. Die Frau... Ich finde die Stimme für Spielchen. Dann... Geben Sie mir das Kruzifix. Lady... Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würd ich... Was denn? Ich will das nicht tun. Na dann zeigen Sie mal. Schade. Sonst würde ich viel... Für Sie... Für Sie... Für Sie... Das war nicht nett. Komm, dritt zu! Warum kann ich denn da nicht mehr ausweichen? Und jetzt her mit dem Artefakt! Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum! Ich verlege langsam die Geduld! Ich fang doch nicht an, mit der Alten zu handeln! Komm, auf Greifswörter ausweichen! Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Ähm... Tja, wissen Sie... Die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht! Warum aufhören? Okay, halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche! Ach komm! Nee, du alte Luschi! Dann ist es wohl in der anderen Hose! Das war für dich Zeitverschwendung! Ah, ich war zu langsam! Oh, halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche! Wo ist das? Ah, ich war zu langsam! Ach, da sind wir wieder! Pack doch zu! Okay, ich bin am Wagen, wo zum Teufel steckt diese! Ich hab' deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist erzückend! Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzulösen. Aber alle drehen durch! Ich will ja nicht drängeln, aber wählt euch, verdammt! Nathan, wo steckst du? Gute Frage, und du? Am Balter! Such nach diesem runden Schild! Es liegt auf dem Weg! Rundes Schild, okay! Die gute Navi! Ich hab ne Knarre! Bis gleich! Ich lege das! Ich habe jemanden gesehen, der uns in der Finale von der Bibliothek Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht geschafft! Aber ich habe es geschafft! Da ist ein Rundes Schild! Ich habe einen Rundes Schild gefunden! Das hat er wieder prima! Puh! Ist nochmal gut gegangen! Ich hänge genau am Rundes Schild! Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist! Ich hab sie! Hey! Gut gemacht! Alles klar? Ach, schon weg! Ja! Ich hänge nur so rum! Von hier aus komme ich nicht zu dir! Kommst du runter? Ja! Ja, glaub schon! Okay, wir treffen uns in der Einfahrt! Geh einfach Richtung Balsal! Okay, bis gleich! Komm! Hep, häng dich an die Stange! Die haben vor allen Dingen noch Munition für mich! Weg du, ich sitze hier fest! Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Balsal! Du hast gesagt, er ist abgeriegelt! Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt! Dann auf zum Balsal! Verstanden, Nathan? Ja, verstanden! Ich komme! Alter, das ist doch wieder zu hoch! Da fahre ich doch wieder, wenn ich da runter springe! Ich komme schon! Ich komme schon! Ich habe immer Munition... äh, ich habe immer Nachladen noch von irgendwelchen anderen Spielen... ach ne... ... von irgendwelchen anderen Spielen von... Metal Gear drin... ich drücke immer noch... Ich drücke immer Kreis zum Nachladen... ... komm, pack dich fest und fallen lassen! Das geht jetzt aber, oder? Das waren ein paar Zentimeter... Das waren ein paar Zentimeter... Oh Gott, ey... Hinüber... Ich komme hier hoch auf das Dach... Ich komme hier hoch auf das Dach... Dann ok... So und die beiden haben wir heimlich umgelegt Da vorne sind doch die Autos Danke Hallo 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 Das war knapp Da hatte ich aber gehofft da könnte ich mehr schießen Ah, gehen wir halt hier rein Hier war noch einer Komm schon Ja Komm schon Komm Lass dich fallen Weißt du die heftigsten Jumps macht er aber Okay Wir sind fast beim Ball sein Wenn er mal drei Meter irgendwo runterspringen soll Du musst mir helfen Du musst mir helfen Ich komme sein Pack an Du musst rutschen Wenn ich denn wüsste wie ich hier hoch käme Ich weiß es aber nicht Ich weiß es aber nicht Ach doch hier Wie bewege ich dich denn Oh gut Oh gut Einmal weg Zwei mal weg Kaum gute Nummer Kaum gute Nummer Au Ach da oben Ach da oben Ein Stück zur Seite und dann hier hoch Ein Stück zur Seite und dann hier hoch Dann können wir hier nämlich rutschen Dann können wir hier nämlich rutschen Hey Wie geht's Ach Ich glaub ich hab genug von dieser Option Oh ja Ich auch Lass nach Okay Auf die Planänderung Zu viele wollen hier weg Die Einfahrt ist komplett dicht Scheiße und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Ballsaal Ich warte dort Okay Los Nein Nein Shotgun The sound of the shotgun Oh Von Von Oh! Soja, die hätten wir schonmal alle erledigt.